So einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite an alle Zuschauerinnen und Zuschauer für unser heutiges Webinar hier mit den Ideen für den heutigen Handelstag, dem Ausblick für die kommende Woche und etwas Edukation hier in diesem Bereich im Trading hier. Das Ganze auch zusammen wie immer mit Tickmill, ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen und wo wir gerade beim Thema Broker auch sind, Tickmill hat mal wieder eine Auszeichnung bekommen. Hier muss ich euch mal zeigen an dieser Stelle, also hier gibt es auch Auszeichnungen in diesem Bereich, wird ja viel geschaut, dass die Broker auch wirklich gut sind. Hier haben wir mal wieder ein Zeichen dafür, dass Tickmill ein weltweit agierender Broker, ein sehr sehr guter Broker ist, schöne Ergebnisse und hier ein Pokal an dieser Stelle. Von meiner Seite auch herzlichen Glückwunsch an das tolle Team von Tickmill und alle Kunden, die uns dabei helfen, hier an den Märkten auch gut miteinander zu arbeiten. Ludger, Olaf, einen schönen guten Morgen, freut mich euch hier live dabei zu haben. Also Sie haben es gesehen, es lohnt sich auf alle Fälle mal hinter die Kulissen zu schauen. Treffen Sie uns auch auf der WOT, das ist die nächste Veranstaltung, wo wir hier live in Deutschland mal außerhalb solcher Möglichkeiten miteinander kommunizieren können, wie wir es hier in den Webinaren haben. Schauen Sie ruhig mal auf der WOT zusammen. So, jetzt von der WOT hin zum heutigen Webinar. Der Risikohinweis an erster Stelle, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Elena ist auch da. Einen schönen guten Morgen von meiner Seite an dich, Elena und für alle hier natürlich einen tollen Start ins Wochenende. Wie schaut die Agenda für heute aus, wie jede Woche Freitag? Es gleicht sich. Wir machen hier immer das Gleiche wie auch im Trading. Ein guter Trader macht immer wieder das Gleiche, nämlich das, was für ihn funktioniert. Wir schauen also am heutigen Freitag auf die aktuellen Handelsideen. Vorbereitet habe ich für Sie, wer den Blog schon gesehen hat, weiß es, den britischen Fund Neuseeland-Dollar, US-Dollar chinesischer Juan und US-Dollar mexikanischer Peso. Jetzt wird man sagen, hm, sind ja alles nicht so die prallen Währung. Ja, manchmal passiert auch an den Nebenschauplätzen was, wo ich sage, es macht es wert, da einfach einmal hinzuschauen. Deswegen habe ich hier nicht immer nur klassisch die Majors auf den Blick, sondern auch die Neben, ja, ich will jetzt nicht sagen Nebenwerte, aber auch hin und wieder mal die etwas, ja, kleineren Währungen, in Anführungsstrichen, die so ein bisschen wegen dem, ja, ich gucke nicht hin, im Schatten stehen. Und das muss einfach nicht sein. Deswegen, wir haben hier gute 80, ja, Währungspaare, beziehungsweise Möglichkeiten zu traden bei Tickmill und mit Tickmill und auf diese sollten wir auch zurückgreifen, wenn sich was Interessantes anbietet. Schauen wir auf den weiteren Verlauf. Wir machen dann natürlich wieder den Wochenausblick. Was kann die nächste Woche bringen in den Nachrichten? Was kann die Märkte hier bewegen? Wir machen anschließend einen Blick in die großen Indizes. Das heißt, wir schauen mal, was DAX und Co. so alles gemacht haben, wie da die Lage ausschaut momentan. Wir schauen auch auf das WTI. Das hatte ich ja gestern auch mit angesprochen im Morgenwebinar, dass wir da auch einmal reinschauen. Und im Bereich Know-how geht es heute darum, wie mit Stops sinnvollerweise hier am Markt auch zu arbeiten ist oder wie man das machen kann. Trader kann ja machen, was er will. Aber hier möchte ich einfach immer mal wieder auch ein paar Ideen reingeben, wie jeder seinen eigenen Handelsstil mit den entsprechenden Möglichkeiten, die wir im Trading haben, mit den entsprechenden Werkzeugen, wie sie da eigene Strategie noch, ja, sag ich mal, gestalten können und wie sie mit bestimmten Bereichen im Trading auch umgehen können. Und Stops gehören da auf alle Fälle auch dazu. So, dann würde ich mal vorschlagen, schauen wir auf die Nachrichten für heute. Sie sehen es obendrauf. Ich habe hier einen dicken, dicken Punkt gemacht oder dicke Buchstaben in Rot. Heute ist großer Verfalltag an den Börsen. Das heißt, es könnte ein bisschen volatil werden. Muss nicht, kann aber aus diesem Grund immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ah, dreifacher Hexensabbat, da könnte einiges an Bewegung kommen. Ja, wir haben das heute Morgen hier in Deutschland. Wir haben es heute Nachmittag in den USA. Da kann es um die bestimmten Uhrzeiten, beziehungsweise eigentlich schon den ganzen Tag über auch doch zu deutlichen Bewegungen auch kommen. So, was steht noch an auf der Nachrichtenseite? Neben dem Verfallstag gibt es ja auch ein bisschen was. Um 9.30 Uhr das Thema Einkaufsmanager Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland, beziehungsweise für die Dienstleistung. Das kommt hier um 9.30 Uhr. So, danach, was geht noch heute Nachmittag in den USA gibt es ebenfalls das Thema Einkaufsmanager Index. Das steht dort auch mit auf der Uhr. Um 15.45 Uhr wird das Ganze hier veröffentlicht in diesem Bereich rum. Und dann gibt es heute am Abend wieder, wie jede Woche, am Freitag Thema COT Report. Wir bekommen Einblick in das, was die Big Boys hier machen. Also die spekulativen Netto-Positionen in den Rohstoffen, in den Futures für Währungen und natürlich auch in den Futures für Indizes. Das Ganze heute Abend in der Veröffentlichung um 21.30 Uhr. Damit genug mit dem Blick über die aktuellen Nachrichten. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Das sind immer nur die Nachrichten, die wichtigsten aus den USA und Deutschland, Klammer auf, Europa, Klammer zu. Punkt. Wenn Sie andere Währungspaare handeln, wir haben ja heute beispielsweise den britischen Fund, also UK oder Neuseeland oder China oder Mexiko mit auf der Uhr. Es ist wichtig, wenn Sie solche Währungen traden. Und Sie wissen, dass es um bestimmte, sag ich mal, Events, die aus diesen Ländern kommen, immer wieder zu Spread-Ausweitungen kommen, wegen zurückgängiger Liquidität und danach zu stark spikenden Märkten. Haben Sie sowas auf der Uhr? Gerade, wenn Sie in den kleineren Zeiteinheiten traden, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie da vorgewarnt sind, dass Nachrichten kommen und dass es eventuell zu, sag ich mal, Bewegungen kommen können, die nicht so einfach voraussehbar sind. Sagen wir es mal so. Planen kann man ja eh nichts, aber vorausschauend kann man ja trotzdem an den Kapitalmärkten auch arbeiten. Und damit gehen wir hier direkt dann mal rein wieder in die Charts, wie wir das entsprechend immer auch machen. Heißt, ich hole den Stereo-Trader hier mit an Bord. Und wir blicken, also der Stereo-Trader bzw. der Meta-Trader 4. Stereo-Trader ist aufgesetzt auf den Meta-Trader 4, den wir hier haben. Und ich hatte gesagt, die erste Handelsidee habe ich heute für Sie vorbereitet im britischen Fund Neuseeland-Dollar. Nicht die Augen reiben bitte, wir haben hier mal wieder einen Wochenchart vor uns. Warum einen Wochenchart? Weil wir hier eine interessante Konstellation sehen. Interessant aus dem Grund, weil wir letzte Woche über diese Marke von 1,98, 1,85 drüber gelaufen sind. Sie sehen das hier oben an diesem Punkt, diese grüne Linie hier. Das ist hier die Marke gewesen, wo der Markt hier das letzte hoch rausgenommen hat. Ist drüber gelaufen und jetzt kommt es halt darauf an, was passiert hier oben. Hier können verschiedene Trader-Gruppen jetzt angesprochen werden. Es ist ein Wochenchart. Auf Tagesbasis gucken wir uns das Ganze dann auch gleich mal an. Ich will nochmal rumgehen, was hier passieren kann oder was man hier oben erwarten kann. Das sind zwei Dinge. Naja, eigentlich sind es drei. Es passiert nichts. Das ist das eine. Das wollen wir Trader nicht, weil da können wir nicht traden. Auf der anderen Seite kann es jetzt zu einem Rücksetzer kommen oder aber es geht nach oben. Das heißt, Rücksetzer nach unten hin wäre, wir sind ja hier momentan noch innerhalb der Ausbruchszone, Rücksetzer wäre möglich hier unten in diesem Bereich um die 1,96, 207 hier. Das wäre mal, wenn man sich diesen untergeordneten Trend anschaut, das wäre mal ein Anlaufbereich hier. Da ist sozusagen von dem untergeordneten Trend, der steht ja jetzt in seiner Bewegung und korrigiert so ein bisschen, das wäre das Ausbruchsniveau, ist ein Bereich, das ist sozusagen in vielen Fällen relativ normal, dass das Ganze angetestet wird. Das ist das eine. Punkt. So, das andere, also die dritte Möglichkeit quasi, ist, dass der Markt jetzt hier den Weg wieder nach oben aufnimmt und dann über dieses Hoch hier drüben geht von, was haben wir hier, 2,00289 hier oben, da drüber, dann ist der Weg natürlich erst einmal ein Stück weiter, dass diese Bewegung hier, dieser Arm oder beziehungsweise diese untergeordnete Trend schön nach oben hin weiterläuft. Anlaufpunkte weiter dann im Chart, das ist dann natürlich nichts, was in ein, zwei Tagen erreicht wird, wahrscheinlich zumindest nicht, wobei, wenn man sieht, wie schnell das hier gehen kann, das auch fix gehen, aber nichtsdestotrotz, schauen Sie hier an dieser Stelle, hier oben drauf, zack, da könnte der nächste Anlaufpunkt sein. Rein mal von der Planung her, ja, was hier in dem Bereich gemacht wird. Es gibt auch Trader, die sagen sich, okay, schau mal mal, was hier so kommt. Was kann man denn errechnen? Ja, es gibt auch Trader, die sagen, gut, wir messen einfach mal aus, was jetzt hier unten entsprechend an Korrektur kam und packen das raus. Nehmen wir mal diesen Verlauf hier, der hier gezeichnet wurde. Das ist übrigens jetzt nicht meine Trendzeichnung, sondern ich habe hier für Sie mal den Zickzack-Indikator mit reingenommen. Wir machen in Kürze auch mal ein Webinar zu den gesamten Funktionalitäten hier, die wir bei Tickmill zum Traden nutzen können. Hier habe ich mal den Zickzack-Indikator drinnen. Sie wissen, wenn ich die Trends zeichne, das hier wäre dann entsprechend der Verlauf. Aber es spielt eigentlich keine große Rolle. Es muss Ihnen helfen und Sie sehen, egal was Sie machen, viele Punkte doppeln sich dann in diesem Bereich. Das heißt hier, wenn man mal einfach sagt, okay, was war denn die letzte Korrektur? Die letzte Korrektur, die Tiefe, die hatten wir halt von hier oben bis hier unten. Das war die Korrekturtiefe und dann nimmt man einfach diesen Punkt, setzt den hier oben drauf, zack, und dann hat man die Anlaufpunkte nach oben hin. Und schauen Sie, hier oben, wo wir dann reinlaufen, dann sind wir rein theoretisch, wenn das Potenzial ausgereizt wird, was von unten nach oben kommen soll, dann stehen wir hier oben in diesem Bereich bei 2,11, 4,61. Also Sie sehen hier drüben, gibt es dann auch Marken, Wochenhochs, die angelaufen werden können in diesem Bereich. Also Potenzial ist hier auf alle Fälle da und wir können hier über die Woche einfach mal nachschauen, wo das Potenzial hingeht und das Ganze im Tagesschart betrachten. Das heißt, das Timing sozusagen über den Tagesschart machen. Und das, was wir jetzt hier sehen, kleinen Augenblick, ich will diesen Zickzack-Indikator nur mal rausnehmen. Jetzt muss ich noch mal schauen, dass ich ihn auch direkt rauskriege. So, Indikatoren. So, schauen Sie, das Indikatorenfenster und hier habe ich den Zickzack-Indikator einfach drinnen. So, und den lösche ich jetzt mal raus. Den brauchen wir hier nicht weiter. Also, was sehen wir hier im Chart? Wir sehen hier im Chart, das ist natürlich jetzt mal der Tagesschart. Das sind quasi die Bewegungen, die wir sehen, was in der Woche auch gelaufen ist. Und hier sehen wir sozusagen, dass wir jetzt nach unten drunter laufen. Das ist mal dieser Anlaufpunkt hier. Sie sehen, ich zeichne es nochmal ganz kurz ein. Also, das war hier der Schub, den ich Ihnen gezeigt hatte, der auch in der Woche ersichtlich war. Und der steht jetzt halt, geht jetzt halt schön hier nach oben mit rein und hat hier es sozusagen nicht geschafft, oben drüber zu laufen. Das ist ja das, was wir sehen. Und was wir jetzt hier entsprechend sehen, ist, dass der Markt nach unten will. Bildet sich jetzt hier ein Abwärtstrend. Ist das ganz normal die Korrektur der Woche? Und das wäre dann ein Szenario, wo man sagen kann, okay, die Korrektur könnte wegen der Trendbildung, das ist eine reine Erfahrung, doch etwas tiefer laufen. Das heißt, Anlaufpunkt hier erstmal bei 1,96297. Das ist die eine Sache. Läuft er etwas tiefer? Er kann ja bis hier runterlaufen, ohne diesen Trend hier kaputt zu machen. Also, Sie sehen, das Korrekturszenario ist da. Wie wahrscheinlich das ist wegen dem Ausbau auf der Woche, das weiß ich nicht genau. Aber es macht auf alle Fälle Sinn, da hinzugucken. Wir haben jetzt das Potenzial auf der Oberseite. Wir haben das Potenzial auf der Unterseite. Hier schauen Sie, dass Sie hier die Bewegungen entsprechend identifizieren und dann entsprechend mit Ihren eigenen Setups hier reingehen können. Das heißt, egal was es läuft, ob auf Tagesbasis oder ob Sie das Intraday Trading machen, hier kann Bewegung reinkommen. Hier dieses Level ist interessant. Und hier schauen wir mal, was hier reinkommt. Schauen Sie, unter das Tagestief hier sind wir schon mal leicht runtergelaufen. Da wollte der Markt wieder hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Keiner kann das wissen. Deswegen ruck in die Setups reinschauen und dann schauen, was los ist. Und diejenigen, die sich sagen, ja, mir gefällt die Geschichte hier auf Wochenbasis eigentlich relativ gut. Was machen wir dann? Wir warten einfach ab, bis die Korrektur zu Ende geht. Das sehen wir schön im Tagesschat, wenn der Markt dann hier wieder nach oben tritt. Und dann können wir die Position machen aus der Korrektur in Richtung des übergeordneten Trends der Woche. Diejenigen, die das Intraday handeln wollen in den kleineren Zeiteinheiten, die schauen einfach, wie der Korrekturtrend jetzt hier läuft und können dort dann entsprechend über die Stunden oder 5 Minuten oder wie auch immer sie ihre Handelsszenarien dort gestalten, entsprechend in Richtung des entsprechenden Tages gehen. Und der geht momentan abwärts. Das sind die Dinge, die wir hier aktuell auch sehen. So, damit zum zweiten Währungspaar. Auch den Chart haben wir noch nicht so oft beleuchtet. Wir hatten vor ein paar Tagen den Euro und den chinesischen Yuan und heute haben wir das Ganze mal in der Koppelung oder im Zusammenspiel mit dem US-Dollar. Hier auch der Tagesschat für uns interessant. Ich muss es jetzt nur mal raussuchen. Hier ist er. Da steht er auf der Uhr. So, jetzt mache ich das gleich wieder klein, dass wir hier mehr sehen. Hier ist das Ganze doch interessanterweise gut zu sehen, was hier gerade gespielt wird. Schauen Sie, wir hatten jetzt hier schön den laufenden Aufwärtstrend. Der ist da. Der ist ganz klar zu sehen. Man kann hier das Ganze als Durchwegbewegung sehen oder hier noch einen kleinen Zacken reinmachen und nach oben laufen. Je nachdem, wie man das Ganze sieht. Das ändert aber an diesem Gesamtbild hier oben nichts. Überhaupt nichts an dieser Stelle. Hier war das letzte Korrekturtief. Hier ist der Markt runtergelaufen mit einem gebildeten Abwärtstrend. Wir haben das Tief hier unten bei 678,374 gehabt. Da ist der Markt wieder hochgelaufen. Hier oben in der Nähe dieses Korrekturhochs. Jetzt mache ich das Ganze mal für Sie etwas größer. Hier haben wir das Korrekturhoch gehabt bei 689,520. Da läuft der Markt schon ein bisschen ran. Aber wir sehen auch, er will nicht richtig oben raus. Und hier unten haben wir eine Unterstützung, die ich so hellgrün eingezeichnet habe, bei 682,468. Ein Bereich sozusagen, wo der Markt momentan ranläuft. So, jetzt können hier an dieser Stelle die Sachverhalte so weitergehen. Entweder wir bekommen diesen Seitwärtslauf in Fortsetzung. Das heißt, tingel, tingel hoch, tingel, tingel runter. Das heißt, wir bekommen die Korrektur weiter über die Seitwärtsrange, weil sich der Markt einfach nicht entscheiden kann, was er machen will. Das ist gut für diejenigen, die das Ganze Intraday traden wollen, in den kleinen Zeiteinheiten, von den Extremen aus. Das ist halt einfach, wo man einfach sagt, wo sind die Standpunkte? Wo wollte der Markt nicht höher? Ab dort ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er tiefer geht. Das wäre dann hier oben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gut auf fallende Kurse. Hier unten haben wir dann entsprechend den Bereich, wo die Märkte einfach nicht tiefer wollten. Das sind dann die Marken, wenn man sieht, da dreht der Markt so ein bisschen rum. Das Ganze hier nach oben schieben und das Ganze hier traden. Also das ganze wirkliche Range Trading kann man hier wunderbar machen. In meinen Augen, oder ein kleiner Tipp an der Stelle, sind sie bei der Gewinnmitnahme nicht zu gierig. Ich erlebe das immer wieder, dass man sagt, naja, der muss unbedingt bis da hochlaufen. Wenn er von hier unten kam, er muss überhaupt nichts. Er kann auch vorher rumdrehen. Wenn man das mal sieht, von unten hier ist er auch nicht bis hoch gelaufen, sondern er läuft halt ein Stückchen weit nach oben und dann dreht er irgendwann wieder rum. Das ist die Normalität innerhalb solcher Schwankungsranges. Das ist halt so, wie es ist. Deswegen die Einstiege, die sucht man sich gerne an den Extrempunkten, beziehungsweise in der Nähe der Extrempunkte, dass man sich auch gut absichern kann vom Risiko her. Und danach schaut man einfach, dass man gute Marken findet. Man sucht sich beispielsweise dann in den kleineren Zeiteinheiten, in den 15 Minuten oder im Stundenchart, so Bereiche, wo dann, wenn er von unten nach oben kommt, wo dann Widerstände liegen könnten, dass man dort einfach sinnvolle Niveaus, sinnvolle Levels entsprechend auch findet nach der Handelsstrategie. So, das war mal das Thema der Seitwärtsrange. Nummer 1. Nummer 2. Prallt davon hier unten ab und schiebt irgendwann mal wirklich hier oben drüber raus, über die 6,89, 5,20. Dann hätten wir die Situation erst einmal, dass wir hier oben über dieses Hoch gelaufen sind, diesen Abwärtstrend hier gebrochen haben. Und dieser momentan erscheinende Aufwärtstrend hier an dieser Stelle, das kann ich Ihnen mal ganz kurz einzeichnen. Also wir hatten ja hier eine untergeordnete, das Ding Bewegung, wir hatten das Teil Korrektur, wir hatten wieder etwas ein höheres Hoch hier. Dann hatten wir hier unten drunter das Tief, zack, so, der springt hier so ein bisschen hin und her. So, da ist es richtig. Und dann an dieser Stelle hier natürlich wieder noch ein höheres Hoch. Das heißt, wir haben hier für diejenigen, die das rein technisch sehen, steigende Hochs, keine neuen Tiefs. Das heißt, eher Aufwärtstrend. Wenn der hier drüber schiebt, also von unten rauskommt jetzt, nach oben hin und da oben drüber geht, dann haben wir hier einen Aufwärtstrend, der diesen Abwärtstrend gebrochen hat, sich dann fortsetzen kann. Das wäre mal das Szenario nach oben. Was kommt dann nach oben? Das ist jetzt weit noch hin. Bis dahin muss noch ein wenig passieren. Aber nach oben hin wäre das dann die Wiederaufnahme und dann steht der Weg hier oben hin auf die 6,95,813 mit auf der Agenda. Das ist das eine. Das zweite ist hier, wenn er nach unten durchbricht, dann wäre das hier die Situation, dass es eher wahrscheinlich wird, dass der Markt wieder in Richtung dieses Abwärtstrends läuft. Wenn wir hier unten drunter durch sind, wo wir ja momentan sehr nah dran sind, wenn der Bruch kommt, dann steht der Weg hier runter frei an dieses Tief bei 6,7,8374. Und auf dem Weg dahin haben wir auch noch, und das ist das Schöne, wir haben auch hier wieder ein paar Tagestiefs, die wir anlaufen können. Das heißt, nach dem Bruch schauen Sie hier, hier und hier haben wir Tagestiefs um die Marken von 6,81,465 und hier unten die 6,7,8974, bevor wir dann hier unten landen. Also nach unten hin und nach oben hin haben wir Potenzial. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass das Ganze passt und dass Bewegung ins Spiel reinkommt. Wenn keine Bewegung reinkommt, können wir ja nichts machen. Wenn hier zwischen diesen Ranges Bewegung drin ist in den kurzfristigen Zeitländern, da kann man immer mal was machen. Schauen Sie sich das Ganze hier mal in den 5 Minuten beispielsweise an, was da geht. Also Sie sehen auch in den 5 Minuten, Sie sehen Trends, die sind handelbar, wer sich die Trendbewegung auch anschieht, aber wer einfach auch sagt, okay, wir gucken mal hier oben, was da passiert an den oberen Teilen oder an den unteren Teilen, es macht schon Sinn dahin zu gucken. Ich muss mal kurz die Zeit einhalten, etwas wechseln. Sehen Sie hier Spike rein, schön nach unten, Spike von unten, schön wieder nach oben. Das sind Dinge, die kann man nutzen. Der Olli hat da ja auch eine schöne Strategie vorgestellt. Am, ich glaube, Dienstag war es gewesen, auf den IB Days. Also wer das Ganze sich nicht live angeschaut hat, hier der Oliver Klemm, der arbeitet ja auch mit Tickmill zusammen als Partner. Also Sie sehen, wir haben ja sehr, sehr gute Leute mit an Bord und der hat das Ganze auch sehr schön beschrieben, wie er seine Strategien an solchen bestimmten Marken auch handelt. Das kann man hier umsetzen. Das ist halt wichtig, dass man diese Marken im Blick hat und das Ganze hier entsprechend auch mitfindet. Gut, an dieser Stelle genug zu diesem Währungspaar. Von mir auch die Bitte, wenn Sie Fragen haben, einfach hier im Chat auf Facebook reinschreiben und dann können wir das Ganze hier miteinander auch besprechen. Geht es nun zum dritten Währungspaar und zwar den US-Dollar, mexikanischen Peso. Kürzel hier USD MXN. So, da ist er. Auch die ganze Geschichte wieder erst einmal im Blick im Tageschart. Hochinteressante Situation für all diejenigen, die das Ganze im trendtechnischen Sinne sehen. Wir haben hier eine tiefe, tiefe Korrektur, also in Deutsch Marktechnik, im Englischen oder aus dem US-Raum ist das Ganze die sogenannte Dow-Theorie. Märkte bewegen sich in Trends. Trends bestehen aus Bewegungen und Korrekturen und diese Korrekturen, die kommen halt immer in unterschiedlichen Ausprägungen vor, flache oder mitteltiefe oder ganz tiefe. Hier haben wir jetzt eine Situation im Chart, wo wir uns innerhalb eines Aufwärtstrends in einer sehr, sehr tiefen Korrektur befinden. Das heißt, die vorhergehende Bewegung, diese hier, die von unten von 1860340 bis hier hoch auf die 1968350 stattgefunden hat, ist jetzt ganz tief korrigiert. Sie sehen, wo wir hier unten sind. Wir sind kurz vor diesem Korrekturtief, also vor diesem ersten Tief, was wir hier unten hatten, vor diesem ersten ansteigenden Tief. Da sind wir jetzt wieder reingelaufen in diesen Bereich, um diese Marke hier unten, die ich gerade auch vorgestellt habe. Und jetzt wird es hier spannend. Was passiert weiter? Wir hatten gestern hier eine Umkehrkerze. Die Umkehrkerze hat uns angezeigt, es könnte hier tatsächlich zur Umkehr der Nachfrage kommen. Was wir dazu brauchen, ist natürlich die Bestätigung des Ganzen. Das heißt, im Optimalfall, wir sehen es dann in den untergeordneten Zeiteinheiten Aufwärtstrends. Und das ist das, was wir hier brauchen. Sie sehen, der Tag heute läuft auch schon wieder ein bisschen nach oben. Wenn wir oben drüber wuppen, über das Hoch auch der Kerze. Wir gucken uns gleich mal die Stunde an. Dann steht als nächstes sehr, sehr nah hier oben dieser Bereich um diese Tageshochs von hier drüben bei 18,92,557. Und danach kommt ihr das nächste Tageshoch bei 19,06133. Und hier haben wir noch einen Widerstand bei 19,13409. Das sind die Dinge, die nach oben hin auf der Agenda liegen. Nach unten hin kommt es nicht dazu. Dann ist dieses Szenario natürlich erst mal komplett hinfällig. Dann läuft die Korrektur weiter ein kleines bisschen Platz. Hat sie nach unten noch? Das hatte ich ja auch gesagt. Solche Szenarien muss man auch immer drin haben. Das heißt, nicht einfach blind nach oben los traden, sondern wirklich warten, bis die eigenen Setups da sind. Wenn das ganze Ding hier unten bricht, ist dieser Trend erst einmal geschichtet. Dann wird es wahrscheinlicher, dass wir hier unten dieses Tief wieder mit anlaufen bei 18,42,577. Also auch hier genug Möglichkeiten, wo tatsächlich auch Bewegungen reinkommen kann in den Markt. Und ich hatte das ja gerade auch gesagt. Schauen wir mal ganz kurz in die Stunde beispielsweise auch hinein, was hier entsprechend gemacht wird. Die Stunde ist ja für diejenigen, die sich fragen, wieso gucke ich denn jetzt in die Stunde? In meinem eigenen Handelsstil ist es so, ich schaue immer auf Trends, weil ich halt weiß, dass die meisten Handelssignale auf Trends entsprechend basieren. Ich will jetzt nicht sagen alle. Es gibt sicherlich auch welche, die laufen ohne. Deswegen sage ich hier die meisten. Und ich schaue halt einfach, was hier passiert. Ich brauche einfach, um ein Long-Signal zu traden, in den Tageschart hinein, in der direkt untergeordneten Zeiteinheit einen Aufwärtstrend. Wenn das jetzt in der Stunde nicht ersichtlich ist, weil es zu erratisch ist, die Stunde auch nur in eine Richtung läuft, ohne ersichtliche Trends, dann schaue ich in die nächst kleinere Zeiteinheit, bis ich halt den direkt untergeordneten Trend finde. Und das, was wir hier sehen, ist halt interessant zu sehen, weil wir sehen, dass die Stunde schon wieder nach oben läuft. Das heißt, schauen Sie sich das Ganze mal an. Wir hatten hier sozusagen hier Korrektur, Bewegung und dann hatten wir hier ersten Schub nach oben, nach unten wieder, höheres hoch, höheres tief. Hier haben wir den Trend gebrochen, hier an dieser Stelle. Hier kam es zum Trendbruch und jetzt läuft der Markt hier nach oben weiter. Das ist das, was ich gerne sehen möchte. Das ist so die erste Fortsetzung. Wie weit das läuft, das weiß ich nicht. Nur dieses Bild zeigt mir dann am Ende, dass der Markt wirklich nach oben möchte, dass die Händler nach oben weiter kaufen. Und wer das Ganze mag, kann dann sozusagen hier die Stunde in den Tag handeln. Oder aber Sie sagen, okay, Sie wollen gar nicht in den Tagestrend hineintraden, sondern Sie nehmen die Stunde. Wenn wir hier die aufwärtsgerichtete Stunde auch haben, gucken Sie einfach in die 5 Minuten aus der Korrektur der Stunde raus. Der Aufwärtstrend ist ja jetzt entstanden. Hier unten gab es das erste Umkehrsignal, wobei das heute Nacht war. Das war 20.09. Das war sogar gestern. Das war da irrelevant für den jetzigen Handelstag. Jetzt strömen wir wieder nach oben. Wenn dann die nächste Korrektur kommt, kann man das Ganze auch sehr, sehr schön miteinander kombinieren, dass man beispielsweise hier in den 5 Minuten schaut. Wie schaut es denn aus? Und wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, hier so war es dann die Korrektur lief nach unten in der Stunde. Hier unten kam das Rumdrehen, dann Schubs nach oben. Also wir sehen die Trendverläufe der Stunde auch schön in den 5 Minuten hier. Schön der Aufwärtstrend in seiner Sache. Und das sieht man halt hier unten, wo die Korrekturen auch zu Ende gehen. Das heißt, hier schauen Sie mal, das war der Korrekturtrend nach unten. Hier gab es den Gegentrend. Dann lief das Ganze wieder schön nach oben. Das sieht man schön. Deshalb arbeite ich sehr, sehr gerne mit den verschiedenen Zeiteinheiten zusammen. Aber ist kein Muss. Ist nur mein eigener Handelsstil. Den will ich hier nicht irgendwo dogmatisch jemanden aufdrücken. Aber ich will Ihnen einfach zeigen, wie Sie die Märkte beurteilen können, um dann entsprechend hier auch zu traden. Beim Thema Stoppmanagement sind solche Sachen beispielsweise auch wichtig, wer damit arbeitet. Aber da gehen wir nachher noch einmal drauf ein. Im edukativen Teil für heute. So, damit wäre ich erst einmal durch mit der Besprechung meiner heutigen Handelsideen. Ich hoffe, das Thema war nicht zu langweilig, weil wir nicht diese Majors heute behandelt haben, sondern wir waren mal abseits der Majors unterwegs. Und nun gehen wir in die Planung für die nächste Woche hinein. Das heißt, wir schauen einfach mal hier auf die wichtigsten Termine in der kommenden Woche. Nächste Woche haben wir die Montag. Keine wichtigsten Nachrichten hier von dieser Stelle. Sekundäre Nachrichten gibt es natürlich immer. In der Regel jeden Tag. Das werde ich dann wieder in meinen Morning Briefings hier auf Tickmel um 8.30 Uhr immer wieder auch schreiben bzw. Ihnen erzählen, was da am Tage ist für die Handelsvorbereitung. Am Dienstag geht es dann in den USA los. Um 16 Uhr. Da gibt es das Verbrauchervertrauen aus dem Monat September. Am Mittwoch gibt es Informationen zu den Verkäufen neuer Häuser auch am US-Markt um 16 Uhr. Und am 20 Uhr gibt es die Zinsentscheidung der FED. Also hier wird die FED diese Dinge, die wir in den letzten Wochen miteinander besprochen haben, zum Thema Arbeitsmarkt, zum Thema Inflationsbeeinflussung und so weiter und so fort. All diese Dinge, die wir da miteinander beredet hatten, die ziehen jetzt sozusagen in ihre Beratung hinein. Und am Mittwoch wird es dann die Entscheidung geben. Am Donnerstag geht es weiter um 14.30 Uhr. Da gibt es in den USA den EU-Auftragseingang für die langlebigen Güter. Und es gibt das Bruttoinlandsprodukt. Und um 16 Uhr gibt es dann noch einmal das Thema Häuser und zwar hier schwebende Hausverkäufe. Und am Freitag gibt es dann die Arbeitslosigkeit aus Deutschland um 9.55 Uhr. Fragen Sie mich bitte nicht, warum die das 5 vor 10 machen. Normalerweise sind runde Marken. Hat mich neulich einer gefragt, weißt du warum das um 9.55 Uhr kommt? Ich sage, habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir nehmen das einfach mal hin, dass das da kommt. Und um 11 Uhr gibt es die Verbraucherpreise hier in der Eurozone. Und hier sehen Sie was recht Interessantes. Wir haben das ja beim letzten Mal schon besprochen, als es kam. Wir sind bei der Kernmarke, bei der Zielmarke, was die Inflation angeht. Hier, schauen Sie mal. Letzten Monat hat man eine 2%. Jetzt haben wir eine 2,1. Das heißt, die Verbraucherpreise steigen an. Es wird teurer. Und der Anstieg kommt auch. Das heißt, wir sind jetzt nicht bei 2%, sondern die Prognose ist bei 2,1%. Das bringt einfach Druck auf den Kessel. Das erhöht den Druck auch für die Zentralbank in Europa. Also ich bin mal wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das ganze Thema hier weitergeht. Auf alle Fälle muss man das im Blick behalten. Wir werden sehen, was die Zinsen in den europäischen oder in der EU sozusagen machen. Ich sehe jetzt nicht, dass wir nah oder zeitnah eine Zinserhöhung bekommen. Aber wir sehen schon, der Druck auf den Kessel, der wird langsam höher. Und das sind halt Sachen, die man so langsam Stück für Stück beobachten kann. Und das Thema wird die Zinsen mit Sicherheit mittelfristig auch beeinflussen. Da kann die EZB sozusagen gar nicht anders als das mit in ihre Überlegungen hineinzuziehen. Also das mal zu diesem Thema. Und damit gehen wir von der Planung der Wirtschaftsnachrichten in die Besprechung der großen Indizes hinein. So. Frage, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir machen das wieder so wie in der Vergangenheit. Wir gucken einfach mal zuerst auf den DAX. Wer es noch nicht gesehen hat, hinsetzen, anschnallen. Wir haben hier momentan Turbo-Zündung. Rakete ist gestartet von unten nach oben. Irre, was hier gestern und heute passiert. Gucken Sie sich mal die Kerzen an. Es ist brutal. Wahnsinn. Es ist echt der Hammer. Man reibt sich manchmal echt die Augen und sagt sich, uhu, was ist denn hier jetzt los? Ja, also Wahnsinn. Also es macht Spaß. Ich will das jetzt auf keinen Fall negieren. Ich habe nur neulich gesagt, naja, mal gucken. Hier unten haben wir die ersten Signale bekommen. Das hatte ich ja beim letzten Mal oder bei einem der letzten Besprechungen gesagt, als wir den DAX hatten. Wir sind hier weit in die Bewegung runtergelaufen. Sie sehen das hier, dieser untergeordnete Trendschub. Wir sind schon sehr, sehr tief nach unten mit reingelaufen. Es wurde eine Korrektur, wurde irgendwann immer, immer wahrscheinlicher. Und dann haben wir hier unten so die ersten Ansatzpunkte gehabt, dass der Markt wirklich nicht wirklich tiefer reingehen wollte. Das sind so Kleinigkeiten, die man mal sieht. Das kündigt sich häufig an. Gucken Sie mal hier drüben, hat sich genauso was angekündigt. Man muss dann einfach nur geduldig warten, bis diese Hin und Her Zappelei zu Ende ist. Also diese Spikes hier an diesen Stellen, die haben wir ja auch hier gesehen. Und dann einfach sagen, okay, wir warten jetzt mal, bis diese Zappelei zu Ende ist und dann Ruhe reinkommt. Ja, das ist dann hier wieder passiert. Hier ging es dann los. Das hatte ich gesagt. Die Wahrscheinlichkeit ist dann gegeben, dass wir oben laufen. Wir hatten hier untergeordnet noch einen Trend gesehen, einen kleinen Trend. Den konnte man schön auch in der Stunde sehen. Das heißt, hier gucken Sie das nach oben. Hier gab es so ein bisschen Korrektur und das war dann so ein bisschen die Initialzündung, als wir sozusagen hier über dieses Level drüber gelaufen sind im DAX. Und der DAX endlich mal das macht, was die US-Märkte auch machen. Ich hatte das Thema mit der Schere ja auch schon angesprochen, dass die Schere zwischen dem DAX und den US-Märkten immer, immer größer wird. Jetzt sorgen die Kursgewinne hier erst einmal dafür, dass die Schere nicht weiter auseinander geht. Punkt. So, jetzt haben wir es. Wie sieht es aus? Also Sie sehen momentan, durch diese starken Bewegungen hier wird das Bild schon mal deutlich, deutlich besser. Thema Herbstrallye. Es könnte durchaus sein, dass wir hier in Deutschland jetzt den Beginn der Herbstrallye sehen, der Schub nach oben. Ich meine, der Monat September ist dafür bekannt, neben den Monaten Oktober bis August, dass die Börse sehr, sehr stark schwanken kann. Man sagt dem September nach, es kann einer der schlimmsten Monate sein. Ich halte mich an solche Regeln nicht unbedingt. Ich gucke lieber, was der Markt macht. Und wenn der Markt halt im September sagt, ich bin jetzt nicht böse, ich bin nett zu euch, ich steige. So what? Dann machen wir das einfach mit. Langfristig ist das schön, wenn der Markt nach oben steigt. Jetzt haben wir das Ganze. Wenn wir uns das übergeordnete Bild mal anschauen. Wir haben hier weiterhin den Abwärtstrend. Da ist jetzt nichts zu machen. Also im großen Bild hier, warten Sie, das mache ich mal rot, damit das Ganze im Kontext auch bleibt. Abwärtstrend ist rot, Aufwärtstrend ist grün. So, zack, jetzt haben wir hier. Also Sie sehen, ich zeichne es Ihnen mal ein. So, hier oben hat das ganze Ding angefangen. Ah, ich habe es jetzt nicht tief genug gezogen. Bitte sehen Sie mir das nach. Der springt hier manchmal an bestimmte Kerzentiefs, wenn das nicht ganz so sauber wird. Ich sehe da jetzt nicht die falschen Dinge, sondern es ist einfach technisch bedingt, dass ich die Maus an der falschen Stelle loslasse. So, zack, hier haben wir die Bewegung, Korrektur. Jetzt lief das ganze Ding hier trendförmig nach unten. Das ist die große Bewegung. Hier ist Untertrend. Wir hatten hier aber noch kein neues Tief, bevor es nach oben ging. Deswegen ist das hier Bewegungstrend. Zack, aus die Maus. So, jetzt haben wir hier den Megaschub nach unten und jetzt läuft der Markt hier hoch. Das heißt untergeordnet haben wir jetzt schön einen Aufwärtstrend mit am Laufen. So, das mache ich mal grün, weil das zum Aufwärtstrend gehört. Was kann man denn jetzt machen, beziehungsweise was kann man erwarten? Nummer eins, wenn man sich das Gebilde mal anguckt oder auch das untergeordnete Bild, sagt man, das Ding hier ist die Korrektur dieses letzten Bewegungstubs, hier aus diesem untergeordneten Trend, beziehungsweise die Korrektur dieser großen Bewegung. Punkt. Ja, aber die Füße stillzuhalten ist in meiner Augen Sicht, in meiner Blickweise hier nicht die richtige Herangehensweise, sondern man muss einfach sagen, was ist denn hier gelaufen? Und wenn wir uns das Ding mal angucken, hier, diesen starken Schub nach unten, da sieht man keine Trends. In der Stunde sieht man die Trends sehr wohl. Untergeordnet haben wir jetzt Aufwärtstrend. Das heißt, dieses Bild hat sich in meinen Augen schon sehr, sehr, sehr deutlich auch aufgehellt. Wenn wir uns mal hier auch ein paar gleitende Durchschnitte noch was anschauen, nehmen wir mal rein hier den 50er gleitenden Durchschnitt. Gucken Sie mal, wir stehen jetzt am 50er gleitenden Durchschnitt. Das heißt, das ist jetzt mal der mittelfristige Durchschnitt. Wenn wir da drüber gehen, ist das auch ein sehr, sehr, sehr positives Zeichen. So, jetzt wir bleiben mal so ein bisschen bei den Elementen der Chartanalyse. Ich mache jetzt mal den 20er rein und den 20er, den nehmen wir mal in der Farbe hier. So, zack. Der 20er ist auch logischerweise überschritten worden. Interessant wird es, wenn der Markt jetzt weiter hochzieht, dann wird der 20er irgendwann mal anziehen und den 50er durchstreiten. Das sind die Dinge, die jetzt noch warten. Gut, den 200er Tagesdurchschnitt, den müssen wir uns noch nicht angucken. Der liegt noch etwas in weiter Entfernung weg. Das mache ich aber auch mal rein, nur der Vollständigkeit halber so. Der ist hier oben. Das sind jetzt Sachen, die brauchen wir an der Stelle jetzt noch nicht so im Blick zu haben, weil die sind einfach noch zu weit weg. Aber den Rückgang hier zum 50er gleitenden Durchschnitt, das ist schon mal sehr, sehr, sehr interessant. Jetzt wird es spannend, was hier gemacht wird. Wenn er den verteidigt, ist das schon echt cool. Was kommt als nächstes? Dieser große Aufwärtsschub. Er wird irgendwann korrigieren. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Hier oben, diese Marke, um die hier, was haben wir da oben. 12.563 bis 12.600, irgendwie in diesem Bereich. Also dieses Korrekturhoch, was wir hier entsprechend haben, das ist jetzt spannend. Hier oben, das muss er auch noch nehmen. Dann hat er das Ding mal im größeren Bild auf alle Fälle auch gewuppt. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, schön der Schub. Interessant zu sehen. Irgendwann wird die Korrektur kommen und danach kann der Markt tatsächlich wieder diese positive Tendenz von unten nach oben hin entsprechend auch mitnehmen. Also das Bild ist hier deutlich interessanter geworden wieder in diesem Markt. Also bleibt es hier sehr, sehr gut hinzuschauen und zu sehen, was wir machen. Wer das Ganze in dem kurzfristigen Bereich auch anschaut, das heißt im Intraday Trading. Schauen Sie, wir haben hier das Tageshoch hier schon wieder weggenommen von hier drüben. Ich nehme mal ganz kurz diese Indikatoren raus. So, kleinen Augenblick. Indikatoren. Ich mache sie alle raus. So, brauchen wir jetzt hier nicht. Räumen wir den Chart ein bisschen auf. So, also interessant ist es, was jetzt hier passiert. Die Dynamik ist wirklich sehr, sehr stark. Wir haben hier doch eine sehr, sehr hohe Zunahme an Schwankungsbreite. Die letzten Tage waren nicht so. Jetzt haben wir wirklich richtig schöne Schübe nach oben. Hier hat man starke Schübe nach unten. Also Thema Schwankungsbreite am Tag ist schon da. Die Average-to-Range steigt mit solchen langen Kerzen natürlich auch an. Und dann geht es jetzt hier, wenn es weitergeht, schauen Sie, hier haben wir noch einen Tageshoch. Das ist das Tageshoch vom 31. August. Und das liegt um 12.476 Punkte. Das wäre mal ein Bereich, den der Markt tatsächlich auch erreichen kann, wenn die Schwankungsintensität nicht die Schwankungsbreite, sondern wenn die Kerzen, diese Länge der Kerzen auch so bleibt, dann wäre es durchaus möglich, dass wir sogar hier im Intraday-Bereich hier oben noch mit reinlaufen, bevor die Luft dann so ein bisschen dünn werden könnte. Aber diejenigen, die kurzfristig traden, die wissen das ja, was man an solchen Marken auch macht. Das ist jetzt von der Seite her kein Geheimnis. Wie schon gesagt, hier sind wir sozusagen heute über das Erste schon drüber gelaufen. Das Zweite liegt hier vor uns. Wenn es zur Korrektur kommt, schauen wir uns das andere Bild an. Im großen Bild, wir wollen ja hier das Große schauen. Wie schon gesagt, dieser starke Aufstieg ist sehr, sehr, sehr positiv zu sehen. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Naja, hoffen nicht, hoffen wir. Hoffnung an der Börse ist ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber ich gehe mal davon aus, wenn sich die Lage aufhält, wenn das Thema Handelsstreit mit China so ein bisschen in sanftere Bahnen gekleidet wird. Das sind halt Sachen, die sieht der Markt ganz gerne. Wo wir auch sehen, er reagiert auf positive Nachrichten, auch positiv. Das ist mal der Fortgang, den wir hier an dieser Stelle sehen können. Wie schon gesagt, interessant im kurzfristigen Bereich die Tageshofs. Im etwas weiteren Bereich hier oben um die 12.600 Punkte wird es dann wieder spannend, was der Markt hier an dieser Stelle macht. Wenn er da drüber geht, dann sieht das doch richtig schön aus, weil dann ist dieser hier sekundäre Untertrend mitgebrochen. Und das Ganze hier an dieser Stelle nach oben zu sehen. Olaf, ich sehe, du musst jetzt los. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wenn du magst, schau dir die Aufzeichnung einfach im Nachgang an, bei den Dingen, die ich heute noch bespreche. So, wir machen jetzt den Wechsel hin zum nächsten Markt. Und zwar gehen wir jetzt mal rüber in die USA. Wir schauen uns den S&P 500 an. Der hat es ja, den hatte ich vor zwei Tagen oder gestern hatten wir den auf der Uhr mit einer Situation am hier, am alten Hoch, wo man gesagt hat, entweder er zappelt jetzt da oben rum oder es knallt. So, nach unten hin hatten wir das Ding gestern gesprochen. Wenn es nach abgeprallt wäre, dann sind die Dinge hier unten. Das ist History. Gestern wurde gespielt. Es knallt nach oben raus. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen. Wenn so ein Halzeithoch nach oben durchbrochen wird und es folgen Käufer, es folgen diesem Signalkäufer, dann haben wir halt solche Kerzen. Wir hatten das Ganze im Nikkei auch gesehen. Ich gehe mal ganz kurz in den Nikkei rein. Dann gehe ich aber gleich wieder zurück in den S&P 500. Ich will den Nikkei nur mal ganz kurz hier mit drauf nehmen. So, hier ist er. Zack, im Tagesschart. Hier hatten wir genau das Gleiche gehabt. Wir haben das Hoch hier rausgenommen und dann kam der Schub. Gigantisch. So sieht das aus, wenn Folgekäufer in den Markt reinkommen. Und das Ganze sehen wir jetzt hier auch im S&P 500. Wir haben das hoch gewuppt und dann kommen Folgekäufer rein, die das ganze Ding nach oben schieben. Das ist natürlich interessant. Und gestern hatte ich ja auch schon so ein bisschen gesagt, hier psychologische Marke, 3000 Punkte. Da sind wir jetzt tatsächlich auf dem Weg hin. Also hier, das ist wirklich ein Oberbulle im US-Markt. Der US 500 oder der S&P 500, US 500 ist das Kürze, der läuft wirklich hoch wie Bolle. Und hier ist alles wirklich schön im grünen Bereich. Also wunderbar. Kann man auch sehr, sehr schön trendtechnisch Schandeln. Sie sehen es, in den Bewegungstiefs kamen die Umkehrkerzen. Hier haben wir es gehabt. Hier haben wir den Abprall vom Widerstand, beziehungsweise hier unten nicht vom Widerstand, von der Unterstützung. Und hier über den ehemaligen Widerstand drüber. Also echt herausragende Dinge, die wir hier sehr schön traden können. Grün. Hier gibt es momentan kein Zeichen, dass der Markt schwach ist. Das sieht man, weil der schiebt einfach nach oben. Es kommen Käufer nach. Geld fließt weiter in den Markt. Das ist ein Zeichen von sehr, sehr hoher Stärke an diesem Bereich. Das gleiche Bild, das sehen wir auch, wenn wir uns den Dow Jones anschauen. Der Dow Jones hier in diesem Maße ebenfalls damit gekennzeichnet, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr hohe Aufwärtsdynamik bekommen haben. Ich mache das Ganze mal etwas kleiner. Schauen Sie, hier hatten wir das Hoch. Hier oben an dieser Stelle. Das war das Hoch. Hier das Allzeithoch. Er hat sich hier ein bisschen gezielt. Hier kam der Ausbruch. Hier hat sich dieser Trend, dieser untere Trend fortgesetzt. Schauen Sie, was da an Dynamik kam. Und wenn man hier mal schaut, wenn so ein Ausbruch kommt und wir hier drüben sehen können, hier können Händlergruppen warten. Hier an diesen Tageshoch. Zack, zack. Da kommt Bewegung rein. Und jetzt sind wir hier sogar oben drüber gelaufen. Auf ein neues Allzeithoch. Und auch hier schaut es zumindest aktuell so aus, als wenn es weitere Käufer nach diesem Allzeithoch gibt. Das ist interessant. Das ist ein gutes Kriterium. Verstärke in dem Bullenmarkt. Also es sieht hier momentan nicht so aus, als wenn wir kurz vor einer Korrektur stehen. Die kann natürlich jederzeit kommen. Das hatte ich ja schon mal gesagt, weil wir hatten hier im US-Markt kein Sommerloch, sondern wir hatten eher hier den Markt schön nach oben laufen. Hier gucken Sie mal, seit Anfang des Sommers passiert. Der ist einfach hochgeschoben. Da gab es keine Korrektur, die sonst im Sommer ist. Irgendwann kann eine Korrektur kommen. Aber auch hier momentan der Markt schiebt einfach schön nach oben. Das ist Stärke. Hier ist ja auch alles weiterhin sehr, sehr schön grün. Gucken wir jetzt, was er hier oben macht. An den Allzeithochs ist nach oben natürlich nichts, woran man sich orientieren kann. Da ist man darauf angewiesen, dass die Käufer im Markt bleiben. Es kann sein, dass es zu einer Korrektur kommt, zu einem kleinen Rücksetzer. Aber im großen Gesamtbild wirklich auch hier ein sehr, sehr bullischer Markt, der einfach stark nach oben läuft. Und ein starker Markt, der immer wieder auch nach oben läuft, sind die Technologiewerte. Die Technologiewerte hatten ja zuletzt ein bisschen in die Korrektur auch angesetzt. Das Hoch hier war bei 7.689 Punkten. Jetzt haben wir hier Korrektur gesehen. Die ist auch sehr schön. Wir haben hier unten die Unterstützung, die hatte ich schon besprochen, bei knapp 7.400 Punkten. Und jetzt sehen Sie, was wir hier haben. Wir haben den untergeordneten Aufwärtstrend wieder da. Also diese Marke hier um die 7.000 knapp 600 Punkte, also dieses Hoch hier überschritten, hat uns dahin gebracht. Wir haben jetzt hier untergeordnet auch wieder einen Aufwärtstrend, der interessanterweise auch schön nach oben mit durchstrebt. Was liegt jetzt auf der Oberseite? Sie sehen es auf alle Fälle hier mal das Allzeithoch zum Anlauf. Und auf dem Weg dahin haben wir auch noch den Tageshoch hier. Das Tageshoch vom, wann haben wir das? Vom 05.09. bei 7.637 Punkten. Und dann hier oben dieser rot oder hellrot oder wie auch immer Sie es nennen wollen, farbtechnisch knapp 7.689 Punkte. Das ist der Bereich da oben. Wenn er da drüber geht, dann schreibt er ein neues Hoch. Also auch hier genug Potenzial da. Auch hier ein schöner Bullenmarkt, der immer wieder hochschiebt. Und Sie sehen halt hier die Korrekturen, die wurden immer dazu genutzt, um wieder nach oben rauszukommen. Und das ist doch sehr, sehr, sehr interessant. Und hier hatten wir dieses technische Kaufsignal am, wann war es gewesen? Am 18.9. Das wurde schön bestätigt. Sie sehen, was da draus wird. Also die Trendtechnik funktioniert momentan wirklich sehr, sehr schön. Hervorragend. Immer wieder gut zum Traden geeignet. So, damit genug zu den Indizes. Ich hatte versprochen, wir schauen uns auch noch den Ölpreis an. Hier das WTI. Und im WTI, ach, was soll ich sagen? Ich will jetzt nicht sagen, das ist so ein Trauerspiel um die 71 Dollar. Aber irgendwie will er nicht so richtig drüber. Aber gut, was wollen wir machen? Es ist halt so, wir müssen uns nach dem Markt richten. Wir können uns hier, nur weil wir Long positionieren wollen, nicht sagen, komm, jetzt geh doch mal da drüber, damit ich endlich gewinne mit meiner Longposition im Portfolio. Das haben wir nicht. Wir müssen dem Markt einfach die Zeit geben. Und momentan merken wir einfach, dass dieser rot markierte Bereich hier oben, also hier oben in diesem Markenbereich über 71, 71, 25 hier oben in dieser Schwankungsbreite, ja, da will der Markt halt gerade nicht drüber. Da ist das halt so. Aber was interessant zu sehen ist, ist die Tatsache. Schauen Sie sich mal an, was hier drüben gibt. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Wieder mal das Wort Hoffnung. Im Börsenhandel sollte es keine Hoffnung geben. Aber schauen Sie mal, wir haben hier deutlich ansteigende Tiefkurse. Das heißt, wir merken, auch wenn der Markt hier oben immer wieder aufgibt, die Händler kommen immer früher rein. So, und hier ist dann halt gegeben, ich meine, das kann man aus zwei Lesweisen sehen. Die einen sagen, okay, das ist jetzt Schub nach unten. Hier verdichtet es sich, hier oben will er nicht schub, dann knallt es nach unten. Ja, na klar, das kann alles passieren. Aber wenn wir uns die Woche angucken, wir haben in der Woche einen Aufwärtstrend. Da gibt es keine Diskussion. Und der Aufwärtstrend ist korrigiert. Hier hat man das entsprechende momentane Korrektur tief. Schauen wir uns das Ganze in der Woche an. Der Markt läuft hoch. Und ansteigende Hochs sind einfach innerhalb dieser Verortung ein Zeichen doch von der Situation, dass die Händler immer früher zugreifen. Und irgendwann kann, wenn das Kaufinteresse weiter hoch bleibt, der Deckel fliegen. Und dann ist der Weg frei im kurzfristigen Trading und auch im mittelfristigen Trading hier auf den Hochbereich, den wir hier oben in dieser Marke haben. Also über den Daumen 75 Dollar. Das ist dann anstrebbar. Ob das kommt, wir wissen es alles nicht. Aber so, das ist das, was der Markt uns wirklich momentan zeigt. Wenn das Ganze hier, der Deckel wegfliegt, dann ist der Weg nach oben erst einmal gegeben. Und dann kann es auch relativ fix nach oben gehen hier auf dieser Stelle. Also hier weiterhin momentan. Die Tankstelle wird es freuen, dass es nicht so. Oder die Tankstelle, der ist ja egal. Aber uns, die tanken müssen. Es ist nicht egal, wenn das Benzin so teuer ist. Aber diejenigen, die traden, die gucken drauf. Und wir haben hier momentan echt ein Bild, wo wir sehen, der Markt deutet eher so den Weg nach oben als den nach unten an. Aus dieser Seite her. Ich persönlich mache hier an der Stelle nichts. Ich will erst eine Entscheidung haben. Und wenn die Entscheidung dann da ist, dann gehe ich mit meiner Positionierung auch wieder in den Markt getreut. Mit dem Motto erst der Markt und dann ich. Weil ich will ja kein Rätselraten machen, sondern wirklich nur meine festen Setups traden. Also hier der große Blick über die großen Indizes und heute im WTI das Ganze. Ich gucke gerade mal in den Chat hinein. Da gibt es aktuell keine Fragen zu einem weiteren Titel. Das heißt, ich würde an der Stelle dann entsprechend mit dem edukativen Part fortfahren. Ich mache dann auch wie immer einen kleinen Aufnahme-Break. Das heißt, das Video für die Aufnahme im edukativen Bereich, das stelle ich Ihnen auch wieder auf zweiter Weise auf den Kanal von Ticmel hier in YouTube, dass Sie das Ganze auch separat voneinander auch anschauen können. Also ich mache mal kurz den Aufnahmestopp und dann machen wir hier direkt dann mit dem edukativen Part weiter.